so damit hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei unserem notfallprogramm wir sind ja fleißig dabei das alles nicht mehr ganz so behält mäßig aussehen zu lassen damit das auch halt hübsch wird hier an der stelle soll ja hübsch sein jetzt müssen wir mal zimmerchen anlegen aber ich glaube erst mal steine ich muss auch was essen sich gerade ein bisschen licht muss hier auch noch rein ja auch schon die die wir das machen ich muss ganz kurz wechseln aber ich muss ein bisschen die lautstärke bis jetzt festgestellt dass mir persönlich bei den aufnahmen der sound ein bisschen zu leise war also von daher versuche das jetzt mal ein bisschen lauter zu machen dann müssen wir das danach nach dann arrangieren ein bisschen zurecht murkeln und irgendwann haben wir dann wahrscheinlich die lautstärke die wir haben wollen ich denke mal das ja so irgendwie kriegt man das ja immerhin ja ich denke doch so das ist stockduster mittlerweile verdammte axt warte mal hier und hier und dann kann ich nämlich die wegnehmen genau dann machen wir erstmal so einen weg ja aus was mache ich denn den weg am besten holz 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 sie halt am schniegisten aus akazie katz ist richtig edel ich weiß gar nicht aber so für den hauptgang hätte das schon was auf jeden fall krass vielleicht sollten wir doch mal fichte organisieren da ist ja überall fichte warte mal was habe ich denn hier drin jetzt müsste man ein paar rot essen so ein paar äpfel genau ja super sehr schön wir haben sich sonst mit dem fenster finde ich ganz okay ich glaube ich würde hier gerne fenster haben weil nach hier ist ja schöne aussicht das heißt genau das gleiche was wir da gemacht haben würde ich dann hier auch gerne machen jetzt weiß ich gar nicht warum das fenster hier das ist dann hier würde ich so eine säule hin machen so wie das dann wäre hier entsprechend dann das fenster das kann ich ja schon mal setzen das glas ist ja okay das ist ja genau da wo es hin soll muss halt nur so ein bisschen platz gemacht werden damit man entsprechend was sieht oh ein zauberer oder hexe und ein skelett sich da da hinten ist glaube ich ein creepy my creep was soll das denn da unten sein kann man von dir das nicht erkennen auf jeden fall einiges los ja ja ich glaube wir sind hier nicht grad so mega beliebt ich könnte das eigentlich noch fertig brennen ich esse mal noch den apfel genau essen wir mal noch den apfel wir brauchen halt echt ein bett würde ich sagen nutzen wir das und buddeln uns erstmal so ein bisschen weiter rein in den felsen gleich kommt lava wahrscheinlich so irgendwo hier könnte auch mal eisen sein ja ich könnte natürlich jetzt auch hier ein treppenhaus nach unten machen so nach dem motto hier ist ein zimmer hier ist ein oder hier der empfangshalle und dann machen wir hier die mauer drei siehst du dann bis hier hier und hier wäre dann die wand okay aus was machen wir denn die wand gute frage gute frage ich mache das jetzt mal so als platzhalter einfach damit ich das noch weiß also das kann wieder wegnehmen warte mal ist eins zu viel genau so weiter gang wird ja dann drei breit gut die tür nicht logisch aber zumindest das hier und dann könnte man hier hinten ein treppenhaus machen also generell ein flur mit einem treppenhaus wo es dann halt nach unten geht so nach dem motto hier ist die wand dann könnte man hier ein zimmereingang machen und hier auch genau und dann könnte ich hier hinten so genau das muss ja noch weg ich werde ein zombie okay nicht so gut gar nicht so gut ehrlich gesagt so genau richtig super und dann könnte man hier wirklich ein treppenhaus hinsetzen das ist über uns ne glaube ich machen wir jetzt schon wieder die spitzacke hinüber ja das hat mir fehlt eisen definitiv ja ja stehe ich nicht so an mensch ist ja schlimm hier nur am rummeckern der zombie ätzend oder ja schon so ein bisschen so ein bisschen licht hin genau hm wobei ne das mach ich anders hoffentlich ist das nicht irgendwie ein spawner oder sowas schon wobei es hätte natürlich auch was ah so ein spawner hier wäre schon nicht verkehrt könnte man schöne sachen bekommen so alles wegnehmen genau ja es ist direkt außen es kann natürlich auch sein dass es so die außenseite vom berg ist genau und wir ihn deshalb so gut hören so das heißt ich würde ne ich mach aber ne steintreppe nur hab ich grad überlegt das gefällt mir persönlich am besten sehr gut ja ja es ist am sparsamsten kommt es hier hin genau dann gehen wir hier immer außen rum also letztendlich nehme ich das auch in der Mitte weg aber jetzt erstmal so halt so Übersichtlichkeit halber und das lässt sich dann ein bisschen besser auch laufen so das heißt hier dann so und dann geht's los genau muss doch gleich mal gucken wegen Licht ich glaube das könnte gleich ein Problem werden wie viele Steine das denn schon wieder sind alles nur damit ich die super tollen wertvollen Ressourcen finde die wir alle so brauchen und wollen und der Meinung sind wir müssten sie haben genau ah Skelett kriegt im Schaden ok vielleicht geht da die Sonne gerade wieder auf möglich wär's ja sowas soll's ja geben hab ich gehört mhm aber man munkelt nur so genau ein bisschen Licht rein oh mein Gott ganz schön aufwendig dann hier ne ja aber jede Ebene halt rausgenommen werden muss boah krass na gut können wir alles benutzen ah ok Diorit gefunden so ein bisschen was haben wir schon mal vorsichtig genau dann sieht das doch gleich viel besser aus mhm da hatte ich mir so überlegt also ich werde das jetzt nicht so so plump gestalten und mit so einem großen Treppenhaus wirkt das irgendwie cooler das können wir dann auch gleich mal diese hier aufbrauchen wenn wir die schon mal dabei haben dass die dann auch weg ist aus dem Inventar ne genau und dann ist es nicht verschwendet die Ressource ist auch gut oh das Erde ne 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 ist es nicht das hier ah der sieht glaube ich ne ist das das rote oder rötliche gewesen das rotbraune ich glaube ich glaube ja schön flassig weiter wurde genau alles hier schön weg hm ich hole mal neue Fackel ja muss echt ganz schön aufpassen hier naja aber so hier haben wir auch einen relativ großen Stollen aus ähm wo ich dann schon mal gucken kann ist da was ist da was nicht und ne ne ist schon ne so wir machen jetzt gleich mal ne Steinachst die lege ich jetzt auch erstmal hier hin ah ok dann würde ich sagen kümmern wir uns mal morgen um diesen Typen ne in diesem Sinne bis dahin euer Mr. Zogger